Hallo, herzlich willkommen zu diesem kurzen Livestream, der gleichzeitig der Test meiner Webcam ist, hier in meinem Büro. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und in dieser Gruppe bist. Ganz, ganz herzlich willkommen in der Master Rachel Gruppe. Worum geht es hier? Die Master Rachel Gruppe ist die Vorbereitung für den Master Rachel Premium Circle. Einen Kreis unter Soulmates, die hier regelmäßig zusammenkommen, wo wir uns gegenseitig austauschen und uns begleiten. Und wo wir gemeinsam einen ganz, ganz, ganz besonderen Weg miteinander beschreiten. Ich habe mich lange gefragt, wer ich bin. Wer bist du? Wer bist du? Wer sind wir? Warum sind wir hier? Was haben wir hier für eine Aufgabe? Haben wir überhaupt eine Aufgabe? Gibt es so etwas wie unsere Lebensaufgabe? Und warum ist das eigentlich wichtig? Warum ist das wichtig? Ich bin auf meine eigene Geschichte zu dem gekommen, was ich jetzt mache. Ich habe mich dafür entschieden, jetzt voll und ganz meine wahre Berufung anzunehmen, uns den Weg als Coach zu gehen, uns das Alte loszulassen. Und dir alles weiterzugeben, was ich in den letzten Jahren erfahren habe, gelernt habe. Was ich aus dem Kosmos, dem Großen und Ganzen und diesem Feld empfange. Und das alles möchte ich mit dir gemeinsam nutzen, um den Weg mit dir zu gehen, dein Leben so zu gestalten, dass du wahrhaftig das Leben führen kannst, das du liebst. Ein Leben, das die Welt zu einem besseren Ort macht und das dich in deine wahre Größe, und deine höchste Vision hineinbringt. Wer sind wir? Wer ist ich? Wer bist du? Und warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Hast du dich schon mal gefragt, warum manche Menschen ein scheinbar einfaches Leben haben und andere es schwerer haben? Andere straucheln und lange nach dem suchen, was sie glücklich macht, was sie erfüllt, wie sie in der Leichtigkeit leben, warum manche Menschen scheinbar mühelos anziehen, was sie sich wünschen, wundervolle Beziehungen, in Liebe zu leben, den Job zu haben, der einen Spaß macht. Tolle Beziehungen führen, Freundschaften, im Reichtum leben und warum andere scheinbar immer wieder in gleiche Muster fallen und manchen Menschen immer wieder entzogen wird, was sie sich wünschen. und sie einfach nicht das halten können, was sie gerne möchten. Bei mir selbst war es so, dass ich immer wieder in gleichem Muster gefallen bin und lange nicht erkannt habe, warum, bis ich irgendwann, nicht von einem Tag auf den anderen, aber irgendwann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aufgewacht bin und versucht habe zu entdecken, wie diese Welt, wie wir gestrickt sind, wie der Kosmos funktioniert und einen Teil dieses Mysteriums für mich zu lösen und zu entdecken und vor allem zu nutzen, um mein und unser Leben wirklich in Liebe zu gestalten und in die äußere Manifestation zu bringen, was tief in mir als Sehnsucht schlummert. Was ist authentisches Erwachenscoaching? Authentisches Erwachenscoaching soll dich mit jedem Tag mehr auf den Weg bringen und dir zu helfen, zu erkennen, warum du hier bist, zu erkennen, dass du hier eine Aufgabe hast und dass du nicht gefangen bist in gleichen Mustern, dass du nicht hier bist, um ein Leben zu führen, das kleingereiten werden soll, ein Leben zu führen, das im Mangel ist, das mit Strauchen mühelos funktioniert, mühevoll, sondern dass du hier bist, um in Liebe zu leben, und dass du es verdient hast, den Beruf zu haben, den du liebst, eine wundervolle Partnerschaft zu führen, wenn du das möchtest, zum Beispiel und im Reichtum zu leben. Authentisches Erwachenscoaching soll dir erklären und mit dir nach und nach erläutern, was du in diesem Feld aller scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten für dich erleben darfst, du hast unbegrenzte Möglichkeiten, aber es ist wahnsinnig wichtig zu verstehen, dass es zwar verschiedene Möglichkeiten gibt, dein Leben für dich zu führen, aber wahrscheinlich nicht nur eine höchste Version und Vision, die beste und schönste Vision deiner selbst. Es gibt sicher hunderte Möglichkeiten, vielleicht einige Möglichkeiten, die einen ganz besonderen Zweck erfüllen, aber vielleicht nur eine wahre Seelen- und Herzensmission und die hängt nicht nur mit dir selbst zusammen, sondern mit uns als Menschen gemeinsam. Du bist zwar für dich hier, aber auch hier auf diesem wundervollen Planeten, wenn du einen Teil für das große Ganze erfüllst und diesen Part möchten wir gemeinsam aus dir herausholen, entpacken, entpacken sozusagen. Ich möchte dir helfen, ein wundervolles Leben zu führen und authentisch deinen wahren Wert zu erkennen und mit dir gemeinsam schauen, was durch die Intention und die Kraft auch als Gruppe von uns gemeinsam alles möglich ist. Ich freue mich sehr, wenn du auf meiner Website schaust www.masterrachel.com und du hast im Premium-Bereich die Möglichkeit, ein Stück deines Weges mit mir zu gehen. Ich freue mich sehr auf dich. Alles Liebe, bis bald. Tschau! камamica ichen Danke.